Würdest du das machen? Ganz ehrlich, Fahrscheinfrei würde niemanden dazu verleiten, sinnlos in der Gegend herumzufahren. Gerade in Zeiten großer Auslastung im Berufsverkehr haben wenige Zeit und Lust, noch eine extra Runde im Kreis zu drehen. Und selbst wenn es ein paar Leute gibt, die dadurch ihre Stadt besser kennenlernen, wäre das auch nichts Schlechtes.